Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einer weiteren Runde MyQuarr Feeds the Beast Infinity Evolved Expert Mode Skyblock So, jetzt haben wir noch was überlegt Wir könnten jetzt mal auch schauen Ob es klappt oder nicht, aber es habe ich schon wieder vergessen Ey, was war das denn jetzt? Oh, das war eine Wasserflasche, okay Ja, wo war ich dran? Ah ja Wir wollen ja mal zu den Firmal Expansion Maschinen hin Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen Einfach mal hier so ein Redstone Furnace Also ein Maschinen Framer ist nicht ganz einfach Was brauchen wir? Wir brauchen ein Basic Circuit Board Crushed Obsidian Danse Refined Iron Plates Zing Gear Iron Chipset So, das können wir machen, das können wir machen Ah, da braucht man einen Kompressor Den können wir eigentlich auch jetzt bald mal angehen Basic Circuit Board Carpenter, aber Crushed Obsidian Den brauchen wir einen Rock Crusher Und ich würde sagen Den gehen wir jetzt mal an So, der Rock Crusher braucht einen Moment, 3x2x2 Boah Wir brauchen 27 Stahl Da werde ich auf jeden Fall gleich nochmal 9 machen Wir brauchen 4 Piston Und 12 Dias Das heißt, wir haben nur noch 4 4, 8, 12 12 Ja, dann werde ich nachher auch nochmal Gravel sieben müssen Was gibt es 7 und 7? Fein Sand Okay Okay Stahlblöcke 3 Stück Und dann sollte man schon das hinbekommen Rock Crusher Ähm Das kann ich jetzt nicht gebrauchen Oh Ähm Ich kann mir mal Fackeln holen F7 Und haben sich schon unvergessen auszuleuchten Ähm Hallo Spennies Ich schob's euch mal ganz kurz hier runter So Und du Darfst sterben Boah, leck mich am Arsch Leck mich doch am Zückeli Habe ich mich gerade erschrocken So Was ich Naja Wo war ich jetzt dran? Rock Crusher Den stelle ich jetzt mal Hier hin Und nein Ich mache nicht den Fehler Dass ich mich am Anfang da rauf stelle So Der braucht noch eine Energieverkabelung Bei dem weiß ich auf jeden Fall Dass das geht Oder auch nicht Machen wir mal anders Wenn ich mich jetzt Sehr schön Darfst du bekommen Ja gut, ne Hau's da rein Ähm Dann machen wir jetzt einmal Let's Dawn Energy Convents Alter Wie brauchen wir jetzt so ein Chipset? Habe ich Ich habe doch zwei gemacht Ja Was war das jetzt noch? Let's Plates und Glas So Habe ich hier noch einen Sand drin? Nein Ich mach mal Ne Ich mach jetzt einmal Doch Ich mach mal ganz kurz ein bisschen Glas auf Vorrat Ich dachte auch Sweener natürlich mehr Ich will die nächste Folge so mindestens sechs Glas haben Ja Ist gut Was nicht da ist Ja So Wir brauchen zwei Let's Plates Jetzt wo wir Zugriff auf den Metalformer haben Können wir einfach so machen Oh der ist ja gerade keine Energieversorgung Ah das wird schon klappen Das klappt schon Das klappt nicht Nein Oder? 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 Komm schon Ich glaub an dich Boah Glas Und vier Let's So Let's So ein Flachstakt Dann verbinden wir das einmal hier Und machen dann einmal so Und einmal so Da Verstehe ich jetzt gerade echt nicht Ist der Dynamo falsch rum? Da fehlt ein Ding Aber wenn ich jetzt so mache Ah ok Der war also falsch rum oder? Ja Der war falsch rum Gut Ich sehe dann schon wieder Dass ihr in der letzten Folge schon die Kommentare geschrieben habt Und das war jetzt hier einmal alles aufgeladen Der ist aufgeladen Und Der lädt sich gerade auf Und dann können wir das glaube ich auch So machen Jawohl Sehr schön Supi Das haben wir Na komm mal Ich hab gleich direkt daneben auch nochmal so etwas aufbauen Ich glaub das werde ich im Ostkirchen aufbauen Weil ihr habt ja jetzt einmal gesehen wie ich das gemacht hab Und generell bin ich mir überlegen so 6 Stück erstmal aufzubauen Weil Lava Energie können wir ja nicht machen Ich mach jetzt erstmal so 10 Crushed Obsidian Und jetzt kommt das richtig schön herz Auf der Wurms Ja gut ne Ja wenigstens geht das jetzt hier ein bisschen schneller Ähm Okay Dann befürchtet ich müssen wir schon noch ein paar mehr machen Aber ich bin jetzt gerade am überlegen Was können wir machen Was können wir machen Was können wir machen Wir könnten einen Kompressor bauen Oder? Ne Ne Ich Oder Ich bin am überlegen Was wir machen können Hm Ne Ne Weißt was wir jetzt machen Na Wir hoffen es doch zu kurz Boah Ich bin jetzt gerade so in kleiner Ideenkrise Ich hätte nicht gedacht was der Rockcrosher hier so schnell geht Wasch Obsidian Äh ja Hier Den brauchen wir für Einen Carpenter Genau Was brauchen wir für einen Carpenter Äh ne Ne Ich hab das Böcke Den Carpenter Wo an sich meinte ich jetzt Bronze Bronze Oh Ist auch schon wieder nur ein Saft Für so zwei Sekunden Jetzt mal noch ein Saft machen Und so ein bisschen Zeit verschwenden So Wir brauchen Hierfür brauchen wir 20 Und 6 Sind 15 davon Und davon So Genau so müsste die Mischung sein Haben wir hier noch drin? Ja das haben wir noch drin Nein wenn so Können wir irgendwas über die Ich glaube ich schief Und das ist das nächste Was wir machen Einen Dachschensmelder Oder eine Watering Can Ja was braucht man denn für eine Watering Can Das ist das nächste Ich mag nicht mehr Ich mag nicht mehr Kiwi Seeds Das ist Kantalus Strawberry Pop Reddish Okay Okay Alles klar Das werde ich jetzt nicht in eine Folge machen Äh Seeds haben wir hier Seeds Pumpkin Melon Potato Sugarcane Kaktus Das fehlt also alles außer vor Porta Ja die geht natürlich nicht Ah ja ich habe auch noch mal ausgehend so ein bisschen Künstler mal gesiegt weil ich das für die Überraschkarte hatte Und hab dann mal ein Gold Aubrey Rebush draus bekommen Ja haben oder nicht haben ne Ja Auf jeden Fall ist das auch leider nicht wirklich weiter Ähm steht irgendwas hier im Guide Alternativ so einh Fertig Gettet fondo neutral Wäxte Powers Zirve frag machiner vaxte laser rock washer ok Ic 2 reporting metalformer Hambir Ja, Waterviews sind wir dran. Ja, okay. Ähm, dann mach ich einfach mal 3 Ironblöcke parat. Boah, ich kann gerade richtig schön zufrieden mit dieser Folge, ne? Weil ich bin gerade so unvorbereitet hier, das hätte ich echt nicht erwartet. Also gerade bin ich wirklich schon zufrieden mit mir, also mit dieser Folge, also mit mir auch, aber Extruding, das sieht es jetzt schon mal nicht. Gibt es hier noch... Ja gut, hier können wir schon mal alles klein prüfen, das ist schon mal gut. Ich weiß aber, was ich jetzt mal machen kann. Nein, ich nehme jetzt hier nochmal einen halben Stick und... boah, gerade muss ich ein bisschen aufstoßen. Wurde. So, ein bisschen Wurde. Und dann bereite ich schon mal hier das Holz dafür vor. Ja, dann kann der nochmal ein bisschen schmelzen. So. So. Und... So. Und wir brauchen noch mehr Holz, okay. Damit habe ich schon irgendwie gerechnet. Das war mir irgendwie ein bisschen zu wenig. so. Und dann machen wir wieder die 24. 24? Verseint mir, woher ich das habe. So. Drei Water Wheels und einen Kinetik. Brauchen wir noch. Äh, fünf Stahl und Elektron wieder. Ähm, Moment, eins, zwei. Hier war auch ein Pilz Redstone. So. Dann war das hier noch LED-Elektron rein. Drei. Moment. Vier, acht, zwei, sechszehn. Zwanzig. Also, zehn C. Ne, ich mache das... Boah, Mann, ich vergesse wieder die Hälfte. Hallo. Zack. Ich mache mal, dass es die Bronze geht. Ich war mal beim Carpenter dran. Ich erinnere mich. Du, 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 du. Das ist Nummer vier. Dann haben wir wenigstens schon mal das Bronze dran. Äh, ich mache jetzt aber trotzdem schon mal Zack und Zack. Weil das ist es gerade wichtiger. Wahrscheinlich werden wir in der Zwischenzeit schon mal hier so ausgießen. Wir brauchen ja nur... Ja. Wir brauchen ja nur sechs Barren. Da kann ich wenigstens schon mal den Carpenter fertig bauen. So. Eins, zwei, drei, vier. Und vergesse, was ich gesagt habe. So, Sturdy Casing, Glas und nochmal vier Barren. Haben wir die noch drin? Na? Jawohl, haben wir. Oh, jetzt kommt das Elektrum durch. Jetzt werde ich noch mal ganz kurz zu machen. Obwohl, weißt du was. So. Dann baue ich hier... Dann baue ich hier schon mal das Rezept soweit auf für den HV Capacitor. War doch ein HV Capacitor oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wenigstens haben wir jetzt mal den Carpenter. Den platziere ich mal hier. Und da muss ich gleich auf jeden Fall nochmal neue Wirecalls machen. So. Ja, wenigstens bekommen wir jetzt schon mal besser Chipset, ne? Hier die Armor Chipset. Das heißt mit IC2 kann man langsam auch richtig schnell anfangen. Und ich glaube ich sollte auch bald mal ein bisschen Inver geben. Wo war ich jetzt dran? Mach ich hier nochmal ein paar Twit Sticks raus? Warte. Habe ich jetzt irgendwo verpennt? Ah. So, da haben wir sogar noch eins übrig. Ein Iron brauchen wir aber noch. Die Bronze kommen wir hier zurück. So, der Exxon Wirecall. Hier noch zwei Elektronen hin. Äh, hatte ich das Rezept nicht schon irgendwo hingelegt? Nein. Fünf Stahl und zwei Redstone haben wir alles. Zack. Was stimmt jetzt hier nicht? Also, da oben ist Eisen. Zwei. So. Zweiter Kinetik Dynamo. Dann baue ich jetzt da nochmal das gleiche Teil auf. Mache aber jetzt schon mal direkt. Weil ich schon sehe, dass ich das gleich wieder falsch aufbauen könnte. So. Jupp. Alles klar. Jupp. 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 Dann baue ich hier nochmal das zweite Waterway auf. Genauso wie hier. Schön die 88F von Tech rausholen. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.